hey leute und willkommen zur nächsten folge von minecraft badwars part 42 ne part 43 und heute mit der challenge ohne eisen und gold und zwar ist die challenge von sie nicht sogar von fabian thomas oder so oder fabian thomas sollten wir glaube ich mal grüßen wenn ich also ich meine da haben zwei das geschrieben eine hat nur mit bronze ohne eisen und gold also kommt ja das gleiche bei uns ja ich gucke also also die kommentare werden eingeblendet einmal hier gold und eisen dürft ihr nicht verwenden thomas becker dankeschön aber auch an f seien jilmaz hätte was geiles badwars ohne gold und eisen und ohne sandstein bauen nur mit n stein bauen wäre sehr geil machen wir das auch ja gut ich hoffe ich hoffe ich hoffe nein wir machen seine aber wir haben die müssen verändert weil sonst haben wir wieder eine von thomas becker ah so kent und um morgen mal also es haben wir nun wieder ja weil wir gestern und von mehreren passt schon nein die letzte war er genau und heute ist es ist der laulay dabei der laulay schafft also ich kenne gar nicht wir brauchen den Weg nicht zu Ende warum brauchen wir den Weg nicht zu Ende dass jeder halt diese challenge ein hält und deswegen haben wir den dazu geholt antwortet halt gar nicht nur weil der halt auch abonnent ist und so und er hat das accepted die challenge auf jeden fall dank willkommen an laulay toby macht direkt das erste Band willkommen an laulay und ja willkommen nochmal in der kommunikation sehr schön toby da guckt sich der grüne hier in der mitte schon so ein bisschen guckt er schon oh man jetzt trollt der mich floh hol mal blöcke bitte der baut ihn da immer wieder hin so kann man das natürlich auch machen so hier ist der grüne ja den müssen wir jetzt vernichten komm boxen ah ich hab ne spitze gehabt wer kriegt den kill jetzt ich will den ja scheiße egal dafür kriege ich das eine gold hui und todol ich hab den getötet ok pass auf da ist der ok toby du machst das team ne ich konzentriere mich dass rot nicht kommt ich konzentriere mich dass rot nicht kommt Flo du kannst dich schon mal zum eisenspawner bitte bauen wieso denn äh ja um eisenspawner ach warum sammle ich überhaupt das scheiß gold hier fick dich gold wir dürfen ja nicht benutzen ne ne ich sammle mal das ganze gold auch damit das aber auch kein anderer kriegt jetzt hab ich dir verraten und tschüss deswegen dachte ich am anfang ja bau dich laulay hast du hast du blöcke laulay nein ach ich war beim bett blau ist offen jetzt ok dann rennen wir dahin Flo machst du das ja dann waren beide zu blau ne ich halt die mitte weiter mit laulay achso gut ne ich sollte vielleicht ne schütze mitnehmen oh man alter wir dürfen keine bisschen spitzhandeln benutzen das ist nervig ah schade du hast den noch mitgenommen aber laulay macht das komm laulay sehr schön laulay jetzt 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 mach es mach es tu es ah schade äh torbenrot kommt ne ja ich weiß oh fuck vorsicht geh weg geh weg halt auf den kriegst du noch nein krieg ich nicht der warum hat er keinen rückschuss bekommen hab ich mich auch gefordert aber egal ich renne jetzt zu rot und hau deren bett weg so jetzt kaufe ich mir auch mal ne spitzhacke damit ich wenigstens was hab was damage macht HAH LOL der hat oh gott ich dachte der wäre afk weil der nur rum stand und auf einmal bewegt sich der aber bitte schrei nicht immer so richtig ins mikro ha 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 nein ja laulay rennt jetzt in einem von rot hinterher ich hoffe das tut er nicht okay er rennt mit wenn ihr das bett er baut blöcke hinter euch bauen ne ja cool ich bin unser bett zugebaut ich bin ich bin runtergefahren ist unser bett zugebaut ne ja wie wenn du keine zeit dazu hast Tobi wie wenn du keine zeit dazu hast Tobi wie wenn du keine zeit dazu hast ja wenn die ne spitzhacke haben bringt ja doch nichts wenn du da blöcke hin baust ja die haben ja meistens keiner ja es sei denn so wie wir da einmal die runde gemacht haben äh warte wir sind nicht Team Blau ne 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 ist blau ne blau ist noch nicht toll oh der hat oh Tobi pass auf guck mal da kommt rot okay äh Flo ich probier das bett zu bekommen du lenkst die Apfel tschüss trolla on the way back down down hallo leute ist einer mit schaff es Tobi ich bin down ich bin down schön 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 äh nein ich muss mich runter ähm moment kurz ja Telefon 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 Blau ist aber kaputt sehr schön sehr schön ja ich hab's zerstört und wieder einen blauen getötet perfekt so das letzte Bett mache ich kaputt ok weil ich muss die ganze Zeit die Mitte halten und das war nervig wow das war ein guter Trick ja jetzt bist du tot haha pass auf da kommt einer von ich mag Lolle da ist rot Tobi brauche Hilfe in der Mitte warte warum teilt er so gut aus ich hoffe Lolle ist Tobi pass auf die kriegen sonst einen Bogen einfach mal kurz die Klappe mit Lolle halten sondern einfach den töten so ich bin zurück ja pass auf die kriegen jetzt wahrscheinlich einen Bogen das ist ein Problem Alter macht der viel Schaden ja deswegen und der teilt so gut aus pass auf da kommt einer mit dem Bogen also den würde ich so locker bekommen hätte ich irgendwas ich brauch Blöcke der rennt zu uns zu uns zu uns Flo vox ihn vox ihn nein warum nicht so der hat keinen Rückstoß bekommen Tobi vox ihn vox ihn vox ihn vox ihn vox ihn stellt euch den Weg ich komm mit der Spitzhacke ich hab ihn bau das Bett mal besser zu ich geh jetzt das Bett kaputt machen ja mach ich ich bau äh baust du das dazu gut ja ich muss nur jeden Sachen dann holen auf die Fräse aber jetzt hol ich mir den blauen und Schissblauer hehehe ah heiß ähm Blöcke danke Tobi dass du dich mal so mit dem Weg stellst Alter ich bau wirklich hier komplett zu was ist denn Achtung Achtung Einen brauche ich der mitmacht ja ja ich äh der eine rennt jetzt ein roter ist weg wir können zu rot Torben ja ich hol mir eben Blöcke so nein ich bin runtergefallen ich Idiot die sind einer ist beim Eisen und einer ist beim anderen Team ja ich komme ich sammle eben das Gold auf damit die keinen Bogen holen nein Torben ich bin tot also du musst direkt nachkommen Gold ist eh nicht für uns wichtig ja genau aber damit die das nicht kriegen ja komm halt macht eh keinen Unterschied oh da kommt ja einer Hallöchen soll ich mal die Taktik pro oh sie ist bei uns Flo was jetzt darf du sagst doch Bescheid hä wo ist der lass es aber das Bett ist eh zu stark gebaut hoooohh ne 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 ich kann dir nicht runter boxen bitte nein ich bin da ich bin runter geboxt worden runter geboxt worden ich baue das jetzt einfach mega zu Lolo ja ich brauche kurz Bronze äh ja ich hab nur neun warte ich brauche 16 äh 24 wohl warum ich mach alter Torben ja Tobi mach die scheiß Taktik nicht mach wir machen den jetzt so ei geh doch einmal zwei Bronze danke ich brauche auch Sachen ja ja wir haben zwei Sekunden warten können ja aber mach doch nicht wieder die behinderte Taktik lass uns lieber äh den Direkte zerstören oh jetzt ich brauche Blöcke ich brauche Blöcke ich brauche Blöcke Tobi komm helf mir lieber hier mit ja ich komme doch ich baue mich nicht von unserer Base hoch keine Ahnung äh keine Angst ein Bronzer ach ein Bronzer so ok perfekt äh da Tobi jetzt haben jetzt ist der nächste ne jetzt hat der nächste Bogen ja jetzt hat der nächste Bogen ja ich warte darauf dass du mal kommst ja warum baust du denn nicht ja weil ich keine Blöcke hab hab ich dir aber gesagt so hab ich mich irgendwie nicht so realisiert so jetzt komm Tobi die sind alle ich baue mich hoch ja ist viel zu früh egal irgendwie dumm ja ok ich bin tot also an unser Bett kommt nicht so schnell jemand äh einer kommt zwei gehen in die Mitte kommt schon bitte mich nicht zu sehen die Checkings anscheinend nicht loll du machst deine Taktik da Torbens Taktik wenn man das nicht checkt dann doch die haben's gecheckt das ist die optimierte Tobi Taktik hä das ist genau die gleiche wie Torben Torben hat auch schon einen Spinnenbeben benutzer ja aber jetzt nicht geschafft äh doch ja im äh äh im Test nur nicht auf Video oh ich hab einen mit dem Schwert getötet sammle das Gold bitte ein sehr schön loala loa 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 loo kurz zu blauen probiert da einen runter zu holen ähm da lebt keiner mehr bei blau lebt keiner mehr pass auf Flo einer kommt in die Mitte Flo ha warum rennst du da hin ja da ist einer hab ich grad mal gesehen ja ist doch egal ne ne der ist nicht egal weil der kommt immer zu uns Robert immer der loa tschüss Torben ha ja die schießen von der Seite auf den ich probier den mit dem nein der ist in der Mitte der mit dem Bogen und der hat ein Eisenschwert einfach in die Mitte rennen und den Tod prügeln Flo äh Torben ohne Sachen loa 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 und ich hab mein Leben schon zugesetzt ach ne du kannst mich ja nicht bluten ach ne du kannst mich ja nicht bluten da kommt noch einer mit Bogen hau ihn runter ich seh es ja krieg ich nicht ja das blend da jetzt durch boah langweiler nein ist eigentlich nur das was jeder machen würde ja aber ist langweilig ja aber wird jeder machen jetzt ja leute in die Mitte ja mach ich ich bin in der Mitte ne ich kann ja eh nicht zu einer Spitze kommen bitte no also ich hab einen damit getötet na ja ich bin nicht am alter was soll das wer auch immer das macht der Flo was denn ja minimal pusten ach so krass ich bin bei TS lautgestellt Tom was ja ja ich bin bei TS lautgestellt ja bist du ach gut ACHTUNG ok 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 jetzt hol ich mir wieder Sachen ja ich hol mir nur nur Blöcke ehrlich ich hol mir hier auch Spitzsack und ach so ja du machst ja diese komische Hilfe der hat wieder am Bogen nicht Gold nein Bronze Bronze ja 16 oder so ja ich brauch nur ganz kurz einen freien Augenblick in der Mitte wo ich mich hochfahren kann brauche ich doch einfach von hier aus zur Mitte das dauert viel zu lang ähm es dauert länger jetzt auf den Moment zu warten oh lol hier ist einer hier ist mir auch aufgefallen ok oh da ist ja noch einer ok nicht mehr ich hab einen runter gehauen ja den anderen hab ich ja aber solange wir sehen so Tobi jetzt ist er im freien Moment da ja ich komme lauf hier unten lang obwohl nicht alle Flo du bleibst bitte hier weil vielleicht kommt einer von links so ganze Gold wieder aufgesammelt ok ich renne durch soll ich raus gehen nein nein alter die haben sich da auch eine Festung gemacht doch eigentlich kannst du Flo nein ich hab mich fast durchgebaut die haben aber du musst dich halt unter der Festung runter bauen das darfst du nicht vergessen ja ja wir müssten einfach mit den Clip töten ja ja zwei mindestens ne einer mindestens zwei wahrscheinlich scheiße 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 wir müssen wir schaffen das Leute ey das ist wieder eine ultimative Härteprüfung für uns hm oh Tobi mach einfach eine andere Taktik ok du wenn du immer drauf gehst das ist spring doch ins Wasser kannst du da nicht rein oder an die Lian an die Lian ne da stehen die ja leider komm schnell ja bin ich ich brauch nur Hilfe ja ich auch ich hab mich ich hab mich da oh der eine mit dem Bogen hat so gut kassiert und jetzt krieg ich den nicht das kann's doch nicht sein Flo Flo warum hast du da die Spitzhacken geworfen weil ich äh ich hab tausenden geworfen weil ich nen ganzen Steak Spitzhacken gekauft hab versehentlich ja dann wir brauchen die alter ja wir ja ich hab die da hingeworfen ja das ist suboptimal ich sammle kurz die Kurse wieder auf ja was soll ich denn machen wir haben ja keine Kiste nice Flo bis ich geh da mal wieder ne Torben äh liegen hier noch Spitzhacken ja naja die hab ich da auch im Oberoffen also von da ja ach Gott hier liegen auch noch welche nichts ach der ist bei mir oben läuft cool kann nichts machen ja doch dann er ist gestorben anstatt dass du das Spinnenweben plantest und er reinspringt oder ich das Spinnenweben plantest einfach wenn ich da unten bin oh mein Gott ich war drin ich war drin ich hätte einfach außen rein der Flo der Flo ist da oh nein nicht mehr scheiße ist das schwer das ist mega schwer ich bin äh Spitzhacken gepolt scheiße ja ich würde ja aber ihr dürft ja auch nicht so in den Weg werfen das ist klar oh Blöcke das brauche ich ich brauche ein paar Blöcke um mich da hoch zu ja hier ist ein halber Stack ich bin jetzt jeden Moment durch Torben also ich habe eine Taktik pass auf Mette Mette nein ich kann nicht warten Leute ja hab ich gesehen ja ok ist zu spät der kassiert der kassiert der kassiert Tobi du kannst jetzt nicht schreiben nein du fragst ihn nichts du musst dich auch ein bisschen mithelfen Renn Flo fuck ich dachte ich könnte ihn irgendwie mit dem Schlag erreichen was hast du ihn denn gefragt was hast du ihn denn gefragt alles klar wow ach junge Tobi echt ich wollte sie euch da sauber Torben ja du stellst dich in den Weg da habe ich nicht gesehen auf meiner Plattform auf meiner Plattform ja wenn man stirbt ist es ja eine Plattform ich frag mich nicht wieso die uns einfach nicht umbringen weißt du die haben jetzt die Mette super au 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 sooo lass ich mich mal machen wir brauchen Blöcke pscht pscht Torben was machst du wir kriegen doch ach so ich mach jetzt mal was anderes Torben kannst du mir 2,3 Blöcke noch geben nein ich hab den Sprung nicht geschafft vielleicht 4 1,2,3 hier ist richtig viel Eisen drauf das wir alles nicht benutzen dürfen traurig sowas ach ich dachte da steht einer hinter mir wir machen jetzt ohne Eisen und Gold ne ja genau ist mir noch nicht aufgefallen ne Tobi äh pass auf kurz ich versuch mich jetzt mit diesem laulei dahin zu bauen ja ich hab's schon gechickt ach ne ich bin tot haben die euch gesehen der kommt von oben einer kommt von oben von deinem Weg der ist quasi direkt über uns ja ich weiß alles klärchen Torben ich brauch mich gerade hoch ich wollte vielleicht Leitern und Blöcke Torben das wir hier schnell einmal hoch ja hab ich gerade nicht ja äh wär aber ganz nett ja also hol dir erstmal einen Schlagstock ich werd schon abgeschossen Flo versucht mal zu blau oder so zu rennen oder was halt rechts von uns ist und dich dann da hin zu bauen bin ich Gott dabei alter so ich bin durch ich bin durch Gedächtnis Dings ja das hat gut funktioniert Flo dann hab ich ein Problem aber ansonsten bin ich durch hier sind ja gar keine Blöcke gebaut worden ja ach ne die schießt da alle mit Bogen ich hab die zu blau oder so gebaut oder was da vom Eisenspawn abgeht nice sehr gut da müssen wir hin ähm Tobi halt uns mal auf dem Laufenden Tobi gut ich wär fast unter dem Laufenden Tobi bin drin bin unter dem Bett hab's hab's oh mein Gott nice Alter wie dumm sind die das jetzt alle in der Mitte sind weißt du der ein hä was war denn mit dem einen überhaupt los was hat sich der denn gedacht einfach jetzt kassieren lassen einer baut äh kauft viele Spitzhacken und dann ich kauf ein paar Spitzhacken und lege hier hin und Torben es war meine Taktik wieder nein wo war das deine Taktik hä ja aber es ist meine Taktik ja ne das hochbauen und von oben kommen ist meine Taktik wir müssen die einfach jetzt die ganze Zeit drauf kloppen jo Tobi was machst du wir müssen hier einfach schlagen ja ich baue mich nur außen rum damit ich die jetzt hier überraschend guck die haben mich nicht gesehen jetzt kann ich einen davon töten wenn ich einen treffen würde nein ich helfe dir ja ich komm jetzt auch komm komm wir müssen einfach zusammen drauf oh ja komm Flo sehr schön Flo nein ich bin so gut wie down ich auch aber das ist man schon ok der ist so gut wie down yes sehr schön dank mir übrigens weil ich den so gut aus nein shit ich hätte fast einen runterschlagen können aber er hat noch ein doch ein gg schlacktöten als die die hier das goldschmeißig bei meinem abgrund runter damit die es ist nicht Ende jetzt bin ich Spitzacken 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 einer das Leben noch einer über morgen schlackt das ist der laulai auch so für schul für schulschauer zuschauer pass mal auf dass sie nicht gleich von oben unser Bett kaputt macht Tobi wir checken die base von den aus ja vielleicht ist der schon bei uns oder ist der da bei der ne da gucken wir gerade nach ich gehe hier diesen komischen Turm hoch ich check mal kurz irgendwo ach ich bin kurz weg ne hier ist er nicht wieso habe ich das ganz blöde Gefühl dass der bei uns ist das blöde Gefühl habe ich auch oder dass er oben auf deinem Weg ist ja ok wo höre ich denn hier Blöcke bitte das ist ja lau leer ne der ist definitiv nicht bei uns ist guck mal oben auf dem Weg ich erkenne ihn nicht der muss irgendwo vielleicht hat er sich da unter das Bett gebaut ne habe ich schon nachgeguckt hm was ist denn das da ist was Moment ich habe etwas gesehen ich weiß nicht ob das der Spieler ist aber da ist irgendwas was nicht normal ist nennt man Spieler nein das ist Paranormal so da bin ich wieder Paranormal Activities ja ich habe ihn siehste das war Paranormal der ist bei ihren Eisensport äh tot GG Alter das war die Challenge ohne Gold und Eisen und ähm ja gut was macht der Jonas ich meine wir haben halt immer gewonnen wir gewinnen immer jetzt sei doch mal kurz leise jetzt hast du sogar mit dem Nachnamen genannt du Spaten ich habe voll gesagt ähm wir sehen uns beim nächsten Mal wieder lass eine positive Erleitung da haut rein und ciao Farm wo ich